Es ist der 30. März 1942. Polen, Litauen hat es geschafft, die deutschen Truppen zurückzudrängen. Königsberg und Allenstein ist wieder zurück in polnischer Hand. Des Weiteren besuchen wir das Führersgeburtsort in Österreich. Welch wunderschöner Moment. Des Weiteren befreien wir die Tschechoslowakei und bringen diese in unsere wunderschönen Territorien. Die Sowjetunion wurde vom russischen Empire im Bürgerkrieg besiegt. Doch, jetzt die Sowjetunion ist wieder da. Ich verstehe nichts, aber egal. Jedenfalls jetzt. Sowjetunion wieder im Krieg mit Ukraine. Und ja, Sowjetunion jetzt im eigenen Bündnis. Gar kein Bündnis. Sehr komisch, sehr, sehr komisch. Äh, übrigens, sehr, sehr komisch auch diese. Großbritannien wieder in London bei Paris. Äh, also Naval Invasion quasi. Ich hoffe wirklich, dass die Franzosen fallen. Aber nicht zu schnell. Wir möchten zuerst fertig werden mit Deutschland. Und dann vernichten Anti-Termin-Front. Fast vergessen. Japan hat surrendert. Japan jetzt, äh, keine Ahnung. Irgendwas anderes. Ich bin wirklich sehr guter Laune. Die Deutschen werden vernichtet. Von uns. Von den Polen. Von den einzigen wahren Beherrschern der Welt. Ich freue mich auf diese Folge. Und wünsche euch viel Spaß. Mit der einzigen wahren Krabbe auf YouTube. Ja, dankeschön, dankeschön. Mein, zu viel Dere. Äh, herzlich willkommen zurück zu. Äh, kann Polen alleine die Welt erobern? In der Zwischenzeit sind wir ja Polen-Litau. Das polnisch-litausche Empire. Und die Deutschen haben einen großen Fehler gemacht. Sie haben mich angegriffen. Ähm, damit meine ich nicht den Krieg an sich, sondern die Tatsache, dass mich ohne angegriffen haben. Denn ihr seht, was gerade passiert. Wir überrennen die Deutschen. Äh, ich warte auch nur darauf, dass wir demnächst wieder Streiks bekommen. Wäre eigentlich mal wieder an der Zeit. Das fehlt mir nicht aktuell so ein bisschen. Die Streiks... Äh, okay. Jetzt wollte ich schon sagen, wenn jetzt Streiks gekommen wären. Ich hätte jemanden klein geschlagen. Ähm, kurze Frage. Wie schaut es mit Flugzeugen aus? Habe ich noch welche? Ähm, nö, nicht wirklich. Also, Flugzeugtechnisch haben wir aktuell so ein bisschen die Popo-Karte. Nämlich gar nichts gefühlt. Das Spiel ruckelt so ein bisschen vor sich hin. So ruckeldi, duckeldi. Kein Problem. Mein neuer PC 2020 sollte in der Lage... Äh, 2030 sollte in der Lage sein, das Spiel auch ordentlich aufnehmen zu lassen. Könnte auch damit zusammen... Ich glaube, das Problem ist auch, weil die Sowjetunion jetzt einfach den Krieg erklärt hat. Richtiger Low-Move. Was ich mir noch wünschen würde, würde... Was ich mir noch wünschen würde, wäre so eine Übersicht, dass ich sehe, was in dem Spiel wie viele Ressourcen beansprucht. Also quasi, dass ich weiß, was ist wie anspruchsvoll für die Engine, um das zu unterbinden quasi. Wir können hier übrigens, äh, versuchen, hier ein paar deutschen Truppen wieder mal einzukesseln. Äh, aber wird nicht klappen, weil die Deutschen dann doch noch... Das Problem ist, die Deutschen in Divisionen sind im 1 gegen 1 mir leider brutal überlegen. Zum einen, weil es sehr große, starke Divisionen sind. Ähm, das anderen, äh, das Weitere, weil es einfach stärkere Divisionen sind als meine, weil ich halt eher schwache Divisionen habe. Wobei, so schwach sind meine auch nicht. Gucken aktuell. Ja, Komete für 21 ist blöd, ne? Neh, sind alle schlechte, sind wirklich... Nehmt bitte euch kein Beispiel daran, was ich hier aktuell mache mit den Divisionen, mit den Templates. Das ist... Das macht man nicht. Das macht man wirklich nicht. Diese Templates sind shit. Nutzt sie bitte nicht. Ich habe nur leider bis jetzt noch keine Zeit gehabt, da ordentliche Templates zu machen, was mir tut. Schande über mich, ich weiß. Kurz ein bisschen weniger da, ein bisschen mehr da. dass wir da mal ein paar Convoys haben. Ich hatte nicht keinen einzigen Convoi. Äh, doch, ich habe Convoys. Die meisten sind aktuell in Benutzung für Handel und Supplies. Deswegen kann ich da aktuell keine mehr nutzen. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, alles gar kein Problem. Alles gar kein Problem. Die Deutschen greifen mich wieder an, wie dumm sind denn die? Die machen den Russenfehler gerade. Die machen genau den Fehler, den die Sowjetunion auch immer macht, die ganze Zeit. Die greifen an wie so irre. Dann kommt man als Spieler, geht her, oder generell als andere Nation, und greift einfach selber an. Und dann kommt man halt wieder ein bisschen voran in manchen Regionen. Weil das ist so ein ganz großer, ganz, ganz großer Fehler, den die KI immer macht. Wir werden jetzt allerdings von den Deutschen auch wieder, nee, wir werden nicht, wir werden nicht angegriffen von den Deutschen. Meine Verluste aktuell auch schon wieder eine Million. Die KD wird wieder ein bisschen schlechter. Hängt halt auch damit zusammen, dass ich sehr aggressiv ans Werk gehe. Muss man auch fairerweise mal sagen, ich spiele sehr aggressiv gerade teilweise. Aber müssen wir auch. Ja, umso länger wir quasi, oder umso passiver wir spielen, umso höher ist auch zum Beispiel die Chance, dass die Deutschen sich wieder regenerieren und dann quasi irgendwann wieder selber angreifen. Und das möchte ich eben unterbinden. Das möchte ich vermeiden. Ich möchte um keinen Preis, dass die Deutschen schaffen, sich wieder zu erholen von dem, was hier gerade geschieht. Und das Problem ist halt nach wie vor, ich könnte übrigens auch mal, machen sie schon, das Problem ist halt, dass Deutschland noch das komplette Core-Gebiet hat. Deutschland noch ganz Deutschland quasi. Also alles andere, was ich jetzt bis jetzt erobere, sind eigentlich nur Gebiete, die irgendwann mal annektiert wurden. Sind Österreich, Tschechoslowakei, Niederschlesien. Kurse Frage. Core-State und Occupy. Okay, gut. Also das sind jetzt, also hier handelt es sich dann scheinbar erstmalig um Gebiete, die eigentlich den Deutschen gehört haben, teilweise, oder auch noch gehören. Und ja, das ist das Problem, die Deutschen jetzt hier wieder ein bisschen am Druck machen, kommen auch leider da durch. Warum machten die Deutschen dann sowas schon wieder? Wann greife ich denn da noch an? Ganz andere Frage. Die Deutschen sind wieder mitten auf. Das ist genau das Problem, was ich gesagt habe. Wenn man den Deutschen ein bisschen Luft zum Atmen gibt, dann war es das. Aber wir greifen jetzt hier mal bei Innsbruck an. Versuchen direkt nach München vorzustoßen. Ist jetzt so ein kleiner Longshot, ist jetzt so ein bisschen kleiner Versuch. Kurze Frage, warum war die Schweiz auch im Krieg mit Frankreich? Achso, weil die auch mit... Aha, Schmarrn, stimmt. Frankreich ist ja auch im Krieg mit den Alliierten. Ganz vergessen. Manchmal bin ich ein bisschen verwirrt. Versuchen jetzt hier nochmal nach Regensburg vorzustoßen. Weil es sind alles so kleine Longshots und alles so kleine Try-Harder-Aktionen, die ich jetzt hier gerade mache. Die nicht mal erfolgreich sind. Wir wurden hier besiegt. Echt jetzt? War ernst? Die haben uns echt besiegt? Okay, die Offensive bei Salzburg ist jetzt dann... Hier kommen wir kurz pinnen hier. So, und das versuchen wir jetzt hier mal weiter durchzustoßen. Schauen wir mal, ob wir die hier vielleicht irgendwo schaffen einzukesseln. Vielleicht hier einfach mal nicht... Ah, da ist ein Ford. Ein Zweier-Ford. Okay, ist ein Zweier-Ford. Das sind aber trotzdem 30%. Könnte natürlich einfacher sein. Hier oben im Norden brauche ich gar nichts versuchen gegen die Deutschen. Die sind da leider viel zu gut aufgestellt. Deswegen müssen wir halt weiter im Süden voranstoßen. Das ist quasi so mein einziges Ziel, meine einzige Aktion, die wirklich funktioniert. Der Süden ist mega schwach im Gegensatz zum Norden. Bei der deutschen Front. Deswegen muss ich hier quasi weiterhin hergehen und immer wieder die Fehler nutzen, die die KI hier im Süden macht bei den Deutschen. Das ist so meine einzige Hoffnung. Okay, hier darf ich... Hier muss ich aufhören. Okay, meine Truppen ziehen sich sogar gleich zurück. Warum auch immer. Äh, was ist hier? Was ist da? Ich sehe es nicht. Schwach. Angriff. Schwach. Angriff ist, äh, das einzige wahre. Und dann versuchen wir weiterhin die deutschen Truppen einzukesseln, so gut wie es geht. und im Süden Gebiete zu erobern. Phase 2 Infrastructure Development ist abgeschlossen. Super. Phase 3 kommt dann im Jahre... 44. Oh. Gut. Das dauert noch ein bisschen. So, dass es mir tut. Erforschen wir mal die Bombe. Wobei, es wäre auch mal nicht schlecht, wenn ich mal gar nichts erforschen würde für eine Weile. Weil ich aktuell auch so ein bisschen das Problem habe, dass mir die politische Macht wirklich irgendwo fehlt. Vor allem, wenn wieder mal Streiks kommen sollten. könnte sich das als sehr, sehr suboptimal erweisen. Das haben wir erobert. Erfolgreich. Ich bräuchte mehr Truppen. Wie schaut es aus? Seid alle fest fertig, oder? Dann kommt mal bitte hier zu Papi in den Einsatz. Einmal ein paar dorthin. Die Hälfte dorthin. Ist das zu viel? Ne, passt perfekt. Und auch hier. Passt perfekt. Super. Tue ich mal den Nordfront verstärken. Weil die Deutschen auch teilweise noch ziemlich starke Divisionen stationiert haben. Und im Süden kommen wir eigentlich ganz gut klar. Bis jetzt, da brauchen wir keine wirkliche Verstärkung. Angriff hier und Angriff da. Zwei Seitenangriff. Und Luftüberlegenheit. Ne, die Deutschen haben auch Luftüberlegenheit. Also wir haben Luftüberlegenheit und Luftnacht. Das ist wieder blöd. Die Deutschen sind da leider alles in allem leider etwas stärker. Versuchen sich jetzt hier zu bef... Also komische Aktion jetzt hier anzugreifen. Statt dass wir versuchen würden hier oben die Einheiten hinzuschicken. Aber okay. Ich hinterfrag das nicht was die Deutschen machen. Sollen sie machen was sie wollen. Sollen sie machen was sie wollen. Ist ja nichts mehr Problem. Hier oben. Wie gesagt. Das ist eine Front die würde ich nicht anfassen. Das wäre so verlustreich hier anzugreifen. Und da ist es auch schon. Genau aus dem Grund habe ich gesagt wir sollten vielleicht mal ein bisschen politische Macht speichern. Oh, wir haben es wirklich geschafft die Deutschen hier einzukesseln. Welch historischer Moment für das polnische Reich. weitere deutsche Divisionen wurden eingekesselt. 1,15 Millionen Verluste. Ja meine Verluste steigen aktuell ein bisschen rapide an muss ich gestehen. Äh kurze Frage wie dann dauert das? Noch ein bisschen 91 Tage. Dann machen wir hier mal weiter. Machen wir Logistik. Und dann sterben hier auch eine weitere Panzerdivision. Ganz wichtig. Und hier könnten wir eigentlich auch versuchen die Deutschen nochmal einzukesseln. Nehmen wir die Hälfte von den Boys mit dazu. Habe ich hier nicht sogar schon mal angegriffen gehabt vorhin aber es hat nicht geklappt. Ich glaube ich ja ich glaube ich glaube schon. Ich glaube es hatte nicht geklappt wenn ich mich richtig erinnere. Gucken ob es diesmal klappt. Zumindest die Werte sind etwas besser. Die Deutschen hier sind Geschichte. 2,78 Millionen. Jawohl. Truppentechnisch gammeln noch um die 120, 130 rum. Ich habe 193. Echt? 193? Lol. Ich bin in Deutschland sogar überlegen was die Truppen angeht aktuell. Ich meine ich habe eine Manpower von 2 Millionen im Feld. Das ist genauso viel wie Deutschland. Ich alleine habe genauso viele Truppen im Feld wie Deutschland. Das ist eigentlich auch lustig. Hätte ich nicht gedacht dass ich das mal erleben darf dass ich genauso viele Truppen im Feld habe wie Deutschland. Wir schaffen es dann wahrscheinlich sogar wirklich die hier einzukesseln. Die Offensive läuft hier auch weiter und wir haben es geschafft. Super. Dann auch hier nochmal Go, go, go. Da sterben weitere acht deutsche Divisionen. Acht Stück. Die hier einen traurigen Tod finden. In ihrer Heimat. Österreich. Tirol. Bei Salzburg irgendwo. Weitere zehntausende Soldaten begraben. Ganz traurig wirklich. Ich traurig mit jedem einzelnen deutschen Soldaten der gerade stirbt. Nein tue ich natürlich nicht. Wir spielen mit Polen. Wir hassen die Deutschen. Ukraine hat kapituliert. Die Sowjet Union spielt ein dangerous game. Ist jetzt im Krieg mit der Anti-German Front. Ist im Krieg mit der Alliierten. Was macht Portugal da? Die sterben gerade. So ein bisschen. Sind dann auch mit der ganzen Welt im Krieg gefühlt. Die Sowjet Union hat aktuell wirklich so die schlimmsten. Hä? Ach die sind nicht im Krieg mit der Anti-German Front. Ah. Das ist interessant. Problem ist dadurch dass jetzt wieder die Sowjetunion sind könnte ich mir vorstellen dass sie wieder etwas stärker werden als vorher. Was die Manpower angeht. Da muss man natürlich abwarten wie sich das weiterentwickelt. Langsam aber sich macht sich bemerkbar dass die Deutschen zu aggressiv sind. Die meisten Einheiten hier unten haben gar keine Ausrüstung mehr. Die im Norden schon weil die im Norden ich weiß nicht genau was der Unterschied ist warum die im Norden so aggressiv sind oder so passiv sind und im Süden so aggressiv. Weil das ist einfach nochmal eine Offensive starten hier unten. Und da die Deutschen halt so mega aggressiv sind und dadurch natürlich auch eine sehr niedrige Organisation haben und auch sehr niedrige Ausrüstung bei dem Panzerdivision habe ich jetzt hier wirklich die Chance Deutschlands mit ziemlich wenig Aufwand muss man auch sagen vielleicht sogar zu falsch zu bringen weil ich habe so ein bisschen das Gefühl dass die jetzt hier demnächst überrannt werden von mir. Manpower ist bei 1, ja gut die meisten haben schon kapituliert. Das Svirike hat noch einiges an Divisionen und zwar 30 circa die muss man mit dazu rechnen. Das sind Divisionen die Deutschland mit unterstützen. Wir probieren es mal im Norden auch noch mit einer Offensive einfach damit wir von mehreren Fronten nochmal Druck ausüben. Ob das klappt oder nicht werden wir jetzt gleich sehen. Eher nicht, nein, also Norden kannst du vergessen. Norden ist eine ganz dumme Idee eigentlich von mir auch wenn wir hier unglaublich viele Divisionen haben. Klappt trotzdem nicht so wirklich. Eine einzige Region haben wir jetzt erobert. Könnte mal gucken Könnte mal gucken hören, ob man das hier eventuell schafft vielleicht doch weiter vorzustoßen. Also wir hier eventuell einkesseln auch wenn da natürlich ein Hafen ist. Ist natürlich ein bisschen doofy doof. Aber hier unten wirklich super Progress den wir hier machen. Großteile Deutschlands fallen. Indien hat den Landlies mit uns gecancelt. Und Deutschland wird hier unten im Süden gerade wirklich fast komplett überrannt so ein bisschen. Wie man sieht sieht man nichts weil ich pausiert habe aber jetzt in Nürnberg wir stehen vor Nürnberg schon. Das Deutsche Reich ist auch schon halb am kapitulieren. Und unser Warscode beträgt 60%. Da bin ich auch mal auf die Friedenswahl nachher gespannt. Da können wir uns den Flughafen holen. Hier. Sorgen bitte kurz dafür dass die nicht zum Flughafen kommen. Eminent wichtig in der Situation. Okay brauchen wir auch noch mal einen. Du. Ah da kommt noch jetzt wollte ich das natürlich richtig wissen. Kommen die rechtzeitig hin? Äh das gibt's nicht. Kommt auch noch ein Panzer angefahren. Kann doch nicht sein. Mach doch nicht so einen Aufstand hier wegen dem scheiß wegen der scheiß Region da. Jetzt sagt Dankeschön. Nein ich hab mich nicht aufgeregt. Nein nein. Ist alles show. Gehört alles zum Game. Mein Pokerface. Äh Großbritannien mit der 12. Naval Invasion in der Anti-German Front bei Frankreich. Ja die Anti-German Front wird sich freuen dass sie gleich nutzlos ist. Weil ich hier eigentlich quasi die Deutschen gerade alleine fertig mache. Probier jetzt noch mal eine Offensive hier oben weil die Deutschen da aus irgendwelchen Gründen sehr niedrige Organisation haben. Und dann nutzen wir das natürlich gleich für uns und greifen hier weiterhin an. Auch wenn die Verluste wirklich sieht es sehr dramatisch aus. Verluste 500.000 Manpower nur noch 1,77 Millionen Verluste und die KD wird immer schlechter. Aber das ist jetzt quasi so dieser Moment den Russland hatte. Einfach alles reinschmeißen für den Sieg. Für das große Ziel. Und Deutschland ist fast Geschichte. Mensch hätte ich nicht gedacht. Ach krass. Cool. Freue ich mich. Echt. Bin gerade richtig gut gelaunt. Dass das klappt. Dass das funktioniert was ich mir vorgenommen habe. Und da kann ich quasi wirklich ich glaube ich kann da wirklich gleich unbesorgt und entspannt den Russen den Krieg erklären. Weiß klingt komisch. So man sagt so cool man kann quasi entspannt den Russen den Krieg erklären. Aber ist wirklich so. Kann ich wirklich. Und wir lassen die Offensive jetzt auch durchlaufen. Ich werde jetzt hunderttausende Menschen verlieren. Ist mir jetzt auch irgendwo total egal. Wir werden jetzt auch hier die komplette Rekrutierung stoppen. Damit wir wirklich alle Ressourcen und Männer zur Verfügung haben. Machen jetzt vielleicht mal eine ganz kurze Pause. Organisation auffüllen. Ausrüstung nochmal auffüllen. Dass wir nochmal ganz kurz wieder alles bei Schiff haben. Da sind ein paar deutsche Divisionen eingekesselt. Die Deutschen versuchen selber nochmal eine Offensive zu starten in der Situation. Köslin wird wahrscheinlich gleich fallen. Damit gehört dann der Hafenregion uns. Damit so die weiteren Truppen die sich dort aufhalten ebenfalls Geschichte. Okay die Offensive auf Köslin ist gescheitert. Warum auch immer. Jetzt hat sie geklappt. Ihr bleibt bitte da. Ihr bleibt auch da. Wieso auch sofort wieder dahin geiern wollen. So diese Geschichte Dankeschön damit sind die ganzen deutschen Divisionen hier ebenfalls. Ciao ciao. So so schaut das Deutsche Reich aktuell aus. Nicht mehr so schön wie vorher. Aber noch ist Deutschland nicht geschlagen. Sogar jetzt ist Deutschland noch nicht komplett geschlagen. Na gut wir machen jetzt mal kurz die Division da weg. Dass unsere Einheiten oben an die Front mit hin können. Und dann ja die meisten Fabriken gehören jetzt mir der Deutschen. Aber Deutschland ist immer noch nicht geschlagen. Die haben immer noch um die 150 Fabriken. Die haben immer noch um 2 Millionen Manpower insgesamt. die Achse die sind vielleicht angeschlagen. Die sind vielleicht angeschlagen. Also sind noch nicht geschlagen. Das ist ein Unterschied. Da muss man aufpassen. Jetzt haben wir immer mal die 42er Waffen erforscht. Da werden wir jetzt natürlich gleich alles reinpumpen was wir aktuell an Mitteln haben. Weil Waffen ist aktuell mit so das Wichtigste vor allem weil ich einen sehr hohen Infanteriefokus habe. Das geht nicht mehr. Und da haben wir sie auch schon. Unsere MK1 sehr teuer in der Produktion. Aber was soll man denn machen? Meine Güte. Muss halt auch mal was investieren. Machen da nebenbei weiter mit der 43er Forschung der I-Munition. Und die Deutschen versuchen jetzt hier in der Zwischenzeit natürlich war klar dass das passiert. Die Deutschen jetzt mit Gegenoffensiven in manchen Regionen. Das war logisch. Also dass das kommen wird das war klar irgendwo. Mir fehlt jetzt natürlich auch überall leider die Ausrüstung des Equipments. Mich würde es nicht mal wundern wenn ich das jetzt noch verscheiße weil ich zu offensiv zu aggressiv war. Das wird hier quasi von den Deutschen zurückgedrängt werden. Zurück geprügelt. Wäre sehr super optimal. Aber kann jederzeit passieren. Ist wirklich total möglich jetzt aktuell. Wir müssen jetzt mal kurz die Füße still halten. Und abwarten. Was passiert sonst noch so in der Welt? Das kommunistische Portugal ist bald Geschichte. Da hat die Anti-German Front zugeschlagen. Die Sowjetunion hat den Krieg gegen die Ukraine gewonnen und chillt jetzt wahrscheinlich für die nächsten 10 Jahre bis ich den mal den Krieg erklären kann irgendwann. Die United States sind im Krieg mit dabei. Gut das ist alles gut. Und schön Großbritannien mit Naval Invasions ohne Ende in Kingdom of France. Aber die werden wahrscheinlich nie was erreichen. Das wäre das erste Mal dass das was bringen würde. was sie da treiben. Wenn wir das nochmal ganz kurz machen können ist ganz nebenbei. Gucken ob ich irgendeinen von den Feldmaschellen hier ihr wollt Infanteriexperte einen von dem Boys noch Fertigkeiten geben kann. Das ist übrigens ein DLC. Wenn ihr also quasi das ist ein DLC ich weiß nicht mehr welcher das ist mit dem ihr dann die Fertigkeit bekommt euren generell neue Fertigkeiten zuzuweisen. Wusste ich bis vor kurzem auch noch nicht dass es ein DLC ist. jetzt weiß ich es. Wie gesagt immer dankbar wenn da Leute mehr wissen als ich. Ich bin ja auch noch eine kleine naive Krabbe letzten Endes. Wir brauchen noch Tanks auf alle Fälle. Naja gut mit Portugal handeln ist so eine Geschichte aktuell ne. Gibt einfachere Sachen. Und die Deutschen jetzt wieder mit Offensiven hier im Süden. Das heißt ich kann jetzt wahrscheinlich demnächst wieder hergehen und kann meine südliche Armee wieder in die Offensive mitschicken. Weil die Deutschen hier dann auch wirklich total naiv sind. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es einfach nicht. Warum die hier wirklich immer und immer wieder angreifen und angreifen und angreifen. Ist mir recht. Macht was ihr wollt. Aber warum? Das können wir mal aufhören hier zu erforschen. Das bringt mir eigentlich überhaupt nichts. 1942 Rubberplans. Auch unbedingt Rubber. Ganz wichtig. Für unsere Flugzeugarmada. Hier oben. Ja wie ich schon sagte. Berlin ist sehr gut bewacht aktuell. Da ist die starke deutsche Corps. Und hier im Süden sind so quasi die Noobs mal hart übersetzt. Na dann schauen wir mal ob wir die Noobs noch mal ein bisschen zu Fall kriegen. Starten hier nochmal eine neue Offensive. Kostet wieder Manpower ohne Ende. Ja ich weiß. Ist eigentlich dumm. Dumm ist eine Manpower so krass zu opfern. Aber ich mach's trotzdem. Und warum? Weil ich score. Ganz einfach. Wir haben bald wirklich keine Manpower. Wir müssen wahrscheinlich das Gesetz ändern. Auf 10%. Service by Recruitment wäre das nächste. Und das werde ich wahrscheinlich auch brauchen. So leid es mir tut. Nürnberg ist aktuell umkämpft. Dürfte demnächst auch fallen. Aber alles in allem naja tun wir uns ein bisschen schwer aktuell. Um ehrlich zu sein. Prag gehört gleich uns. Natürlich alle schwere Schläge für die deutsche Propagandamaschine. In der eine Stadt nach dem anderen Feld. Ich hab ja auch ein paar wichtige Gebiete der Deutschen schon erobert in der Zwischenzeit. Ähm. Stuttgart, Nürnberg, Regensburg, Augsburg, München. Das sind alles große Gebiete. Viel Manpower, die da auch verloren geht. Ein paar Fabriken. Deutschen erobern hier auch Gebiete trotz allem wieder zurück. Sind halt trotz allem die schwach, die Deutschen. Sind trotz allem eine der stärksten Nationen. Ich warte nur darauf, dass jetzt irgendeiner noch kommt und da hier mit eingreift in den Krieg. Quasi einfach versucht, da noch Regionen zu geiern. Habe jetzt 67% War-Score. Das soll mir erst beinahe nachmachen. Die Manpower der Deutschen ist ziemlich gleichbleibt. Das ist nicht gut eigentlich. Eigentlich ist es schlecht. 153.000 Manpower. Äh, 150.000 Manpower habe ich noch als Reserve. Das ist die Frage, ändern wir das, indem wir die auf 10% hochgehen oder kann ich irgendwas kornen? Das könnte ich kornen. Nordtranssilvanien. Sollte mir noch mal ein bisschen Manpower zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, es gibt Leute, die sagen, ja, das ist ja ein Vorteil, den du hast, aber ich sag mal so, wenn ich Streiks habe, dann ist meine politische Macht wieder ein Eimer für eine Weile, dann muss ich halt das auch in Kauf nehmen. Ich kann ja quasi selber entscheiden, was ich mir dann mit meiner politischen Macht da in so einer Situation dann auch mache natürlich. Ob ich das jetzt ausgebe, Gebiete zu kornen, was in jedem anderen Paradox-Titel auch geht, oder ob ich die politische Macht ausgebe, um dann die Streiks in den Griff zu kriegen oder dann halt irgendwelche Entscheidungen oder Events zu machen. Also das ist alles immer relativ verschieden. Ja, deswegen mache ich das halt so, wie ich es für am besten halte und wie ich auch denke, dass das so ein bisschen vom Spielspaß und vom Sinn her am besten ist. Aber gut, wie gesagt, sieht jeder ein bisschen anders. Ich versuche das auch alles irgendwo ein bisschen mit den Grenzen zu halten. Ich meine, die Mod ist auch ziemlich fair gemacht. Umso mehr Bevölkerung in einer Region ist, umso teurer wird das Ganze natürlich auch. Das ist nicht so, dass ich jetzt mal eben hier dann mit einem Schlag sofort 10 Mio Manpower kriege. Ist ja natürlich nicht so. Da ist die Mod schon auch ein bisschen fair gehalten, dass man da nicht zu einem krassen Vorteil hat. Und auf der anderen Seite gebe ich ja politische Macht aus, die ja auch für irgendwas sinnvoll sein sollte. Und in jedem anderen Spiel kann man natürlich diese politische Macht oder das Pardar oder wie man das nennen möchte, dieses Gegenstück zu politisch machen im jeweiligen Spiel, kann man natürlich in jedem anderen Spiel ausgeben. Um unter anderem gebe ich da auch zu koren. Deswegen, wie gesagt, ich sehe das alles relativ entspannt. Es ist ein Fantasy, es ist ein Fantasy-Spiel. Trotz allem, es ist kein, es ist nicht Real Life, es ist ein Spiel oder muss man da nicht auch unbedingt wegen allem gleichen Starts-Drama draus machen. Finde ich persönlich immer klar, ich bin da immer für Meinung und Kritiken offen. Deswegen habe ich auch die Planet Peace Conference Mod in der Zwischenzeit rausgetan, weil die Kritik dann doch höher war als der Nutzen. Weil die Mod auch irgendwo mir das Spiel ein bisschen zu einfach gemacht hat auf die Dauer. Deswegen ist die Mod rausgeflogen. Ich habe den Schwierigkeitsgrad erhöht. Ich spiele nicht mehr auf normal, ich spiele immer auf schwer. Und das sind alles so Sachen, die ich halt auch persönlich mache, um die Kampagne immer möglichst interessant zu halten und auch möglichst für mich selber den Spaß hochzuhalten und das auch interessant zu machen, wenn es dann darum geht, sich das Ganze anzuschauen. Und ich denke mal, die meisten von euch können mir da auch folgen und die sehen das genauso wie ich. Und dafür bin ich auch immer sehr, sehr dankbar und freue mich natürlich auch immer, wenn ihr damit beitretet und diese Videos euch anschaut. Mexikanische Junta hat die Alliierten verlassen. Seit neuestem ist Mexiko nämlich faschistisch. Interessant. Sehr interessant. Um ehrlich zu sein. Ihr seht das auch. Wie gesagt, so große Vorteile habe ich nicht durch diese Entscheidung. Ich habe mir jetzt, hätte ich jetzt einfach die 150 politische Power ausgegeben, um das Gesetz zu ändern. Auf 10% hätte ich mehr davon gehabt, als das Gebiet zu kornen. Also es ist nicht so, dass ich jetzt einen mega Vorteil damit hatte, weil ich das Gebiet gekorrt habe. Ist nicht so. Ist totaler Blödsinn. habe ich sogar einen Nachteil. Hätte ich einfach die 10% gemacht, wäre wahrscheinlich klüger gewesen. Auf der anderen Seite, ich wollte es halt so machen und so war es halt. So habe ich es dann halt auch gemacht, meine Güte. Aber Deutschland steht kurz davor zu surrendern und das sind jetzt alles hier nur noch verzweifelte Offensiven im Süden und hätte Deutschland wirklich, hätten die Deutschen nicht im Süden diesen großen Fehler gemacht, einfach nur Offensive, Offensive, Offensive zu machen, hätte ich wahrscheinlich niemals, niemals hätte ich es geschafft, Deutschland auch nur annähernd zu Fall zu bringen oder auch, oder so schnell, so schnell, sagen wir mal so schnell, weil dadurch, dass die Deutschen hier unten im Süden wirklich ihre kompletten Truppen, Ressourcen, Manpower reingeschmissen haben, wie jetzt hier, jetzt kann ich hier einfach wieder Offensive starten, Gegenoffensive ist in den Regionen, wo sie mich angreifen, wieder erfolgreich, hole ich mir wieder ein paar Gebiete, hätten die Deutschen das nicht gemacht, hätte ich das hier niemals so geschafft und dafür bedanke ich mich bei den Deutschen und ich denke, nächste Folge wird Deutschland fallen, ist es wahrscheinlich völlig realistisch, diese Einschätzung, ich weiß nicht mal, ob wir überhaupt Berlin brauchen, ja doch Berlin brauchen wir schon, auch wenn die Manpower der Deutschen ziemlich stabil bleibt, aber Frankfurt ist umkämpft, kann man leider nicht erobert Frankfurt, aber trotz allem, es läuft gut, es läuft schön, war eine schöne Folge, der Krieg gegen Deutschland ist immer noch spannend, trotz allem, immer noch ein spannender Krieg, ist noch nicht, immer nicht hundertprozentig geworden, kann immer noch was schief gehen, Russland kann uns den Krieg erklären, Anti-German-Found kann uns den Krieg erklären, Neville Invasion könnte happen, das wäre richtiger Shit, dann hätte ich ein richtiges Problem, wie gesagt, das Ding ist nicht durch, was durch ist, ist die Folge, danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, macht's gut, tschüss.